Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Carsharing-Anbieter reduzieren Elektroautofahrzeuge. Carsharing-Unternehmen streben nach Verringerung der rein elektronischen Flotte. In einer überraschenden Entwicklung haben mehrere Carsharing-Anbieter angekündigt, dass sie die Zahl der Elektroautos in ihrer Flotte verringern wollen. Branchenführer wie Car2Go und DriveNow haben bereits Interesse an dieser neuen Strategie gezeigt und planen, ihre aktuellen Elektroflotten auf ein Minimum zu reduzieren. Wir sind uns bewusst, dass dies auf den ersten Blick kontraproduktiv erscheinen mag, doch die Infrastruktur und der Support für Elektroautos sind nach wie vor uneffizient und schwierig zu handhaben, sagte der Geschäftsführer von Car2Go, Olivia Rappert, in einer Pressemitteilung. Auch DriveNow bestätigte, dass sie ihre umfangreiche rein elektrische Flotte von über 700 Fahrzeugen überdenken. Wir haben erhebliche Probleme mit den öffentlichen Ladestationen und deren Verfügbarkeit und wir müssen das realistisch in unseren Betrieb einbinden, sagte DriveNow-Geschäftsführer Sebastian Hofelich. Die Herausforderungen bei der Bereitstellung von Elektroautos im Carsharing-Bereich sind bekannt. Neben der mangelnden Infrastruktur sind auch die lange Ladezeit und die geringe Reichweite der Autos Faktoren, die das Wachstum der Elektromobilität hemmen könnten. Außerdem sind die Kosten für den Kauf und den Betrieb von Elektroautos nach wie vor hoch, was für die Anbieter von Carsharing-Diensten ein weiterer Nachteil ist. Die neuen Pläne der Carsharing-Anbieter sind eine scharfe Abkehr von den bisherigen Bestrebungen, mehr Elektroautos auf die Straßen zu bringen und dem umweltfreundlichen Paradigma zu folgen. Stattdessen zielen sie darauf ab, bessere Dienstleistungen zu günstigeren Preisen anzubieten, indem sie weniger auf teure Elektroautos setzen und sich mehr auf konventionelle Autos konzentrieren. Die Tatsache, dass Carsharing-Anbieter, die bisher führend in der Förderung der Elektromobilität waren, sich nun zurückziehen, wirft ernsthafte Fragen zur Zukunft der Elektroautos in der Carsharing-Branche auf. Eindeutig ist, dass es weitere Investitionen und Anstrengungen zur Verbesserung der Infrastruktur und der Unterstützung für Elektroautos bedarf, wenn diese in der Autovermietung und Freigabe weiterhin eine Rolle spielen sollen. Anita Farke, Montag 8, April 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.